Autotill in Höhenkirchen bei München ist als Mazda und Chevrolet Vertragshändler die erste Adresse in Sachen Kompetenz und Service. Ein gewachsenes Familienunternehmen, das sich seit über 30 Jahren seinen Kunden verpflichtet fühlt. 25 kompetente und erfahrene Mitarbeiter legen höchsten Wert auf persönliche Beratung und umfassende Kundenbetreuung. In der Mehrmarkenmeisterwerkstätte werden Reparaturen und Unfallschäden an Fahrzeugen aller Fabrikate durchgeführt. Außerdem gibt es ein Autopflegesenter, in dem man sich auch um Sonnenschutzfolien oder Rostschutzmaßnahmen kümmert. Eine Autoglaserei, der Reifenhandel und eine Versicherungsagentur runden das Angebot ab. Das Erfolgsgeheimnis des Traditionsbetriebes liegt seit jeher in den Mitarbeitern und ihrer Liebe zum Detail. Vom Meister bis zum Lehrling, freundlich, fachkundig und vor allem an den Wünschen der Kunden interessiert, tragen Sie zu einer familiären Atmosphäre im Autohaus bei. Nähere Informationen finden Sie auf www.auto-till.de www.auto-till.de